Und damit hallo und herzlich willkommen zu 1-2-2-Operation. Operator, ich bin mir gerade nicht sicher. So, wir werden hier mal anfangen. Und oh Gott, oh Gott, ich habe gestern aufgehört. Oh Gott, das waren viele Fahrzeuge. Ich weiß, es war am Ende ein bisschen hektisch, aber wir haben ja auch schon 31%. Und ich bin mir sicher, müssen wir hier irgendwie eigentlich jemanden, wenn jemand verstorben ist. Nee, das war klar. Wir müssen, glaube ich, so ein Sondereinsatzkommando irgendwie machen, ne? Das ist so ein SWAT irgendwie. Jetzt muss ich nochmal gucken. In der Garage. Warum ist das in der Garage? Ah, weil da die Fahrer fielen. Okay. Oh, wir haben aber jetzt nicht die Besten, ähm. Wir haben nicht die Besten. Boah, das wäre eigentlich auch nicht schlecht, ne? War da noch eine? Waren nicht zwei eben? Ich bin unentschlossen. Hier sind noch, ne? Boah, hier sind immer noch. Schaut euch das mal an. Patrollenwagen. Wir brauchen eigentlich erstmal Leute, ne? Ja, Fahrer. Toll. Jetzt müssen wir schon auf zweitklassige Leute. Dann nehmen wir hier aber so einen Hund. Ah, 65.000. Aber wie viele von diesen Fahrzeugen haben wir in der Garage? Ich frage nur für einen Freund. Okay, also das war es jetzt auch. Das heißt, wir haben jetzt erstmal den Stand. Oh Gott. Ja, da kann es natürlich keinem Polizeihund zuweisen auf dem Motorrad. Naja. Das ist super optimal. Ja, dann müssen wir wohl doch noch einen Tag warten. Ich wollte nämlich ganz gern die Sondereinheit, aber das bringt ja nichts. Dann warten wir. Aber ansonsten haben wir jetzt hier nichts, nur dieses Motorrad. Und das kriegen wir jetzt gerade nicht hin. Okay. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Es ist ja auch spät genug. Nicht zugewiesen. Ja, Pech gehabt. Verteilen brauchen wir hier nichts. So schlimm ist es nicht. Achso, da hinten. Da muss hier mal reinkommen. Feueralarm. Das macht auch echt Spaß. Im Übrigen nach wie vor eine Kaufempfehlung. Das macht auch echt Spaß zu spielen, wenn man in seiner Stadt ist. Also das ist so ein kleiner Geheimtipp. Ja, die Rettungswagen sind nicht optimal verteilt. Wie gesagt, irgendwann wird es nur strategisches Verteilen. bis jetzt läuft es super. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Okay. So, Officer. Ja, wir müssen mal gucken. Jetzt wird es nämlich dann doch langsam schon ein bisschen schwierig. Oh Gott, ich muss mal Pause machen, da ist jetzt so viel wieder passiert. Das geht dahin, das geht dahin. Was haben wir hier? Okay, das haben wir auch. Fährt hier jemand her? Ich bin mir nicht sicher. Auto-Diebstahl. Du fährst dahin. Habe ich irgendwas, was wir hier nicht auf der Karte haben? Ich glaube, wir haben jetzt alles abgedeckt. Das sieht gut aus. Der ist weg, willst du mich veräppeln? Zoom. Ich finde, wir sind gut aufgestellt. Das ist hier sehr doof gelaufen, natürlich. Ich finde, wir sind fertig. Wir sind fertig. Wir suchen die Informationen. 1-1-2, was ist deine Überraschung? Hi, Mom. Uh, I just wanted to let you know that I'm not gonna be back for dinner today. Is this an emergency? Mm-hmm. Yep. Um. Are you being held against your will? Yes, exactly, Mom. That's the point. Will anyone know who kidnapped you? Yes, Mom. I was my husband. Would you please shut up? Are you in a car? Yeah. Oh, oh. Where are you? Uh, you know, I decided to meet an old friend. And at that restaurant around... Can I say to you, will you have food? Das durfte sie sagen? What kind of car is it? Can you tell me the license plate number? Yeah, the black one, uh... Are you alone? Of course. I'm with our daughter. Are you hurt? We're not there yet. Noch nicht. Do you think he's dangerous? Yes, yes, Mom. That's why I'm calling. Ma'am, stay on the line, please. I gotta finish. I need to spend time with my husband. Thanks for the offer, Mom. I hope we'll talk about it in person. Really soon. Okay, we müssen da dringend hin. Also ohne Wenn und Aber. We're going to get her. Case resolved. Receiving. Case resolved. We need you to go to... Reporting. Starting chase. Receiving. We'll get them. On my way. Standing by. Starting chase. Ähm... Ähm... Ready for action. Going to the incident. Going there. Nee, da das. Going there. Going there. Standing by. Oh, das wird nicht schon eng. Ah, umsonst. Operator going there. Das ist doch ärgerlich. Going there. Ready for action. Going there. Ready for action. Awaiting for their order. Awaiting orders. Going to the incident. Sekunde, Sekunde. Wir verlieren sonst zu viel. Jetzt müssen wir mal, äh... Keep it limits. Operator going there. Ähm... Da müssen wir jetzt mal ganz kurz Ruhe bewahren. Da geht's dahin. Hier haben wir nichts. Es gab's doch hier war das, ne? Ja... Zum Fahrraddieb fährt niemand. Das finde ich nicht in Ordnung. Ready for action. In pursuit. Da haben wir auch noch was. Awaiting orders. 10-4. Operator. Going there. Operator. Going there. So, ich glaube wir haben's wieder halbwegs in Griff. Ja, wir haben halt keine... Wir haben halt keine Polizeiwagen groß. Das ist gut. Returning to base höre ich gern. Wir brauchen mehr... mehr Polizeiautos. Receiving. Roger. Police assistance is required. Hu, wir brauchen mehr... mehr Polizeiautos. Operator. Receiving. Husten. 112, was ist deine Anmerzantie? Oh, ich habe... finally erreicht ihr. Hi! Hm? Ja, du hast 1-1-2. Ist es eine Anmerzantie? Wie seid ihr, mein Freund? Ich bin gut. Wie seid ihr? Ich bin gut. Ich bin perfekt gut. Bereit für den Ausdruck. Oh-oh. Ausdruck? Was bedeutet das? Ich will fliegen. Dien und Nacht sind so lange, wenn du denkst, dass du genug hast. Bist du in Trouble, Sir? Trouble ist meine Meldung. Aber im Endeffekt bin ich nicht so gut. Brennendes Gebäude. Ähm... Okay. Gut, wir schicken Krankenwagen. Request ein Feuerteam. Welche Units? Verwaltungsgeräusche. Geht da. Ähm... Ähm... Operator? Verwaltungsgeräusche. Geht da. Verwaltungsgeräusche. Verwaltungsgeräusche. In Pursuit. Oh je, jetzt wird's langsam wild hier. Ready for action. We're done here. Ready for the next case. Awaiting orders. Ready for the next case. Langsaaaaam. Es wird sehr krass. Es wird sehr krass. Jetzt müssen wir hier mal ein bisschen konsultieren. Da können wir den nehmen. Ansonsten, wir haben nichts frei. Ja, die sind in Einsatz. Ja, wir müssen warten. Es bringt nichts. Ready for next case. Ready for action. Going there. We need an ambulance here. I'm happy to be okay. Awaiting orders. Awaiting orders. Ready for action. On my way. Awaiting orders. So, langsam. Unbekannte Anrufer. Haben wir hier zufällig den. Du gehst dahin. Den müssten wir auch noch. Fahrradbesitzer. Ich bin nicht sicher. Ich glaube, um den kümmert sich noch gar keiner. Hier müssten wir auch noch jemanden haben. Haben wir noch irgendwo einen Polizeiwagen über? Nein, haben wir leider nicht. Das ist ganz schlecht. Was ist das hier? Da brauchen wir die Feuerwehr, ne? Muss die Feuerwehr hier bleiben? Die muss scheinbar da bleiben. Ähm, der kommt da hin. Hier brauchen wir die Feuerwehr. Wir haben keine... Oh, da ist auch noch eine Feuerwehr. Die Feuerwehr ist auch ein Einsatz. So, das ist ein Einsatz. Ich kann es nicht ändern. Ah, der fährt da hinten. Okay. Okay. Alter Falter. Was geht hier ab? Ein Rettungswagen. Ja, dann dahin. Ja, dann dahin. Achso, das darf er nicht stoppen. Ja, hallo. Es war ein Erkrank. Wo ist das passiert? Äh, nahe... 3625 Virginia Street. Was jemand verletzt? Was jemand verletzt? Well... No-one died. Mein Auto ist verletzt. Und er ist nicht mehr hier. Es war einfach... Es fuhr... Es fuhr... Es fuhr... Es fuhr... Was genau passiert? Ich fuhr... Ich fuhr... Ich fuhr... Es fuhr... Es fuhr... Es fuhr... Es fuhr... Es fuhr... Äh... Ungefahr und wollte dann links abbiegen und dann... Are there any witnesses? I don't know. There's no one here now. Ähm... Hello? Ja, ich hab's nicht gelesen. Äh... Who's responsible? Well... I'm not. My car was hit, but... There was no one in the other car. What do you mean? There was no driver. Literally. Hello? It must have been loud. Someone could have heard it. You want me to knock on the doors of... Surrounding houses to ask... Whether they've seen a driverless car hitting me and disappearing? Nein... Driverless car. There was no driver. Literally. You drunk? Hell no! I'm not the type to do that. I'm not... I don't... I don't drink... I don't drink... Someone. Way to the place of the accident. Okay. You do that. Bye. Wow. Da haben wir viel Zeit verloren. So, wir müssen kurz wieder... Wir brauchen einen Überblick. Turn 4. Das da... Awaiting orders. On my way. Going there. Going there. Der geht dahin. Der muss Riesenumweg fahren. Bringt aber nichts. Wir müssen natürlich hier schauen, dass wir hier alles unter Kontrolle kriegen. Hier bräuchten wir noch einen Rettungswagen. Den haben wir hier. Roger! Bin mir immer nicht so sicher, ob wir hier einen haben. Oh Gott. Ja, dann müssen wir da warten. Was willst du da haben? Receiving. Roger! Ja, wir haben nicht so viel... Kapazitäten. Adam 8, 10, 10, 35, Mary. Ich hab' dich covered, Sir. 17... Sorry, 1918. Wir brauchen einen Rettungswagen. Es hilft nichts. Polizeieinheit benötigt. Operator? Going there. Operator? Roger. Going back to base. Ready for the next case. We're going there. Going there. Okay. So, da geht's los. Okay, 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 wie auch immer. Ja, alles werden wir wohl nicht schaffen. Das ist ein bisschen, ähm... Ready for action. Ready for action. Roger! Nicht so optimal gelaufen. Nicht so optimal. Ja, 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 ja. Kling, kling, kling. Ready for action. In pursuit. We're out of water. Ready for action. Going there. Going there. Bye. Ja, der muss dahin. Was soll ich machen? Fall gelöst. Ready for action. Dann kümmere dich bitte um den. Ready for next case. Case resolved. Reporting. On my way. So, der kümmert sich darum. Awaiting further orders. Going back to base. Okay, also hier wird's schon ein bisschen besser. Ready for action. Ready for action. On my way. Returning to base. We have a way down here. Ja, ich kann's eben nicht aus Rippen schneiden. Da brennt es. Ready for action. Das löst sich sogar schon auf, glaub ich. Ready for action. Roger. Going back to base. Ready for action. 10-4. 101. Reporting. 10-4. We need an ambulance ready for action. Ready for action. Case resolved. Ja, ich glaub die werden wir alle verlieren. Case resolved. Going back to base. Ja, hat's die aufgelöst. Reporting. Requesting police units. Receiving. We're done here. Es ist halt zu hektisch geworden am Ende. The airport. 10-1. We had to get in there. 10-4. On my way. Good, der Tag ist eh vorbei. We had to get in today. We'll get them. Da werden Sanitäter benötigt. Ja gut, ich musste erstmal wieder reinkommen. Ich glaube, dafür war das ganz okay. Das sieht gut aus. Ja, das war mäßig. Aber gut. Oh, eine lange Folge auch. Sehr gut. Da werden Sanitäter benötigt. Ja, läuft. Das war mäßig. Naja. Einen Toten haben wir. Aber zumindest gut Geld gemacht. Aber da haben wir ein bisschen geschlampt. Ei, 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 ei. 80 Prozent, das ist zu wenig. Gut, in der nächsten Folge gehen wir dann mal an. Wir werden hier nochmal gucken, wie wir das aufstocken. Haben 100.000 und dann schauen wir mal weiter. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Euer Zeron. Also geht es nicht im neuen dealEND. Aber da ist die Party. Aber da ist das Stehrat superior. Ja. Das ist ja auch hier. Da ist die Party. Aber da ist das Problem. Das ist die, dass du mal-Kaarger Schöger Saschwitz esaier. Vielen Dank.